Schönen guten Tag, mein Name ist Birgit Nienhäuser und ich werde Ihnen heute ein Projekt vorstellen. Eine Software, eine Software, die als IT-Basis verstanden werden will und diese Software heißt Minisys. Dort steht sie. Minisys ist durch und durch eine Open-Source-Software und läuft auf Linux. Also bis hierhin ist es nichts Neues. Darauf kommt man relativ schnell, wenn man sich das Minisys-Logo ansieht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Minisys ist sicher, flexibel und schnell. So, damit haben wir das Minisys-Logo komplett durchgenommen. Okay, um zu verstehen, was Minisys wirklich ist, gehe ich in der Zeit einige Jahre zurück. Im Jahre 1990 haben wir uns Gedanken gemacht, wie eine zukunftssichere Software entwickelt werden kann. Den Begriff Software haben wir damals für uns als Programme im datenhaltenden und datenverarbeitenden Segment definiert. Und der Einsatz sollte für den gesamten privaten, kaufmännischen und verwalteten Bereich gedacht sein. 1990 kam uns dann der Gedanke und im Jahr 1992 wurde dann der Startschuss gegeben. Zum Zeitpunkt des Entwicklungsstaats haben wir bereits eine Vielzahl von Eigenschaften definiert, die um 1990 noch gar nicht zu realisieren war. Ebenso haben wir uns Tugenden für Minisys überlegt, die schon als abenteuerlich bezeichnet werden konnten. Eins nehme ich bereits vorweg. Die damaligen Eigenschaften und die Tugenden sind allesamt in der aktuellen Fassung von Minisys enthalten. Im Gegenteil, es sind noch weitere dazugekommen. Ich gebe Ihnen nun einige Beispiele für die Eigenschaften. Minisys soll über einen Kern verfügen, der Hardware und Betriebssystem unabhängig ist. Minisys soll Programme und Anwendungen unabhängig vom Entstehungsalter in gleicher Funktion jederzeit ausführen können. Entwicklungsumgebung und Anwendungsumgebung sollen in einem Produkt vereint sein. Entwicklung und Anwendung soll unter denselben Oberflächen parallel möglich sein. Die Funktionen von Minisys sollen unabhängig vom Frontend gestaltet werden. Alle Daten, die Minisys erreichen, sollen in unverändertem Ursprung gespeichert werden. Minisys soll die trivialen Aufgaben der Programmentwicklung selbstständig ausführen und geeignete Funktionen enthalten. Minisys soll selbstständig notwendige Aufgaben zur Erhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur gewährleisten. Nun, kommen wir zu den Tugenden. Unkomplizierte Installationen, die auch von weniger sachkundigen Personen durchgeführt werden können. Aktuell haben wir es wirklich mit einer Einklick-Installation zu tun. Minimaler administrative Aufwand. Im Regelfall kann nach kurzer Einarbeitung ein unbedarfter Mensch eine Minisys-Installation betreuen. Minimale Hardware-Anforderungen. Selbst Tablets können in Verbindung mit Minisys als Unternehmensserver eingesetzt werden. Minimaler Festplatten-Speicherplatz. Minisys selber benötigt komplett ca. 60 MB Plattenplatz. Mittelgroße Anwendungen benötigen nach 10 Jahren Laufzeit ca. 300 MB Plattenplatz. Überflüssige Daten, wie z.B. feldfüllende Leerzeichen, werden weder gespeichert noch zu den Endgeräten übertragen. Wenn Minisys z.B. Datenmasken überträgt, werden unmittelbar vor der Übertragung verzichtbare Zeichen entfernt. Ich möchte jetzt die Zusammenhänge an einem kleinen, praktischen, einfachen Beispiel erklären. Ein pfiffiger Mensch hat einen riesigen Bekanntenkreis und lernt täglich neue Leute kennen. Bisher hat er die Adressen und Anmerkungen einem kleinen Büchlein notiert. Nun möchte er diese Information gerne mit dem PC verwalten. Dieser Mensch hat vor sich einen PC mit einem Linux stehen, den er für sich nutzt. So, und jetzt, damit Sie es besser sehen und auch verstehen, starte ich jetzt eine Echtzeitdemo. Da können Sie dann sehen, wie dieser Mensch seine Daten oder seine Datenmasken erstellt, verändert und hinterher seine Daten eingibt. Dieser Mensch nun also lädt sich Minisys über das Internet auf diesen PC, entpackt das Archiv und startet das Minisys-System. Nach dem Aufruf des Webbrowsers und nach Eingabe der, ja im Moment ist er noch am Runterspeichern, aber ich erzähle mal weiter. Und nach Aufruf des Webbrowsers und nach Eingabe der 127.0.0.1 meldet er sich an Minisys an. Nun ruft er im Browser die Entwicklungsumgebung auf und erstellt seine Datenmaske. Kurz ab und wieder angemeldet und er kann sein Programm betriebsbereit aufrufen. Dieser ganze Vorgang hat nur wenige Minuten in Anspruch genommen. Wie weit ist er? Jo, er lädt noch. Von nun an erfasst er die Daten in seinem Minisys-Programm. Bis hierhin ist es nichts Außergewöhnliches. Die Tugend der unkomplizierten Installation und der minimale administrative Erstaufwand wird sichtbar. Ebenso finden sich die Eigenschaften der gemeinsamen Programmnutzung für Entwicklung und Anwendung wieder. Sowohl die Entwicklung und Anwendung wird von demselben Frontend gestaltet. Hier also dann der Webbrowser. Jo, er lädt noch. Der Mensch erfasst im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Adressen. Hunderte, sogar Tausende. So langsam kommt bei ihm die Frage auf, wie sichere ich diese wertvollen Daten? Nun, Minisys stellt hier das sogenannte Stick-Backup zur Verfügung. Ein einmal legitimierter USB-Speicherstick oder eine legitimierte USB-Festplatte löst durch das bloße Anstecken den Backup-Vorgang aus. Weitere Aktionen bedarf es nicht. Aber gut, die Geschichte geht weiter. Weil in seiner Adressverwaltung nicht alle Zusammenhänge so einfach zu überblicken sind, erfasst der Mensch Hilfsanwendungen. Diese kann er dann später immer wieder aufrufen. So ganz nebenbei entsteht eine ordentliche Betriebsanleitung für sein Programm. Diese kann er sowohl online als auch als druckbare Version verwenden. Aber weiter im Text. Mittlerweile kommen täglich so viele neue Adressen dazu, dass der Mensch es alleine nicht mehr schafft. Er schafft sich also einen weiteren PC an und bittet eine Adressenfachkraft um Mithilfe. Von nun an werden also an mehreren PCs aus die Adressen eingegeben und gepflegt. Damit hierbei kein Datensalat entsteht, müssen die Zugriffe auf die Daten koordiniert werden. Auch diesen Part übernimmt Minisys. Einerseits wird über die Teilnehmerverwaltung der Adressenfachkraft die Zugriffe auf die Adressen ermöglicht. Andererseits stellt Minisys sicher, dass die Daten sinnvoll gegen konkurrierende Veränderungen während des Betriebs gesperrt werden und natürlich auch wieder freigegeben werden. Dass in den Daten wahlfrei gesucht werden kann, ist selbstverständlich. Genauso wie die Auflistung des Datenbestandes und die Einreihung der Daten in einem Meta-Suchfunktion. Nun lernt dieser Mensch jemanden kennen, der ebenfalls das Problem mit den unendlich vielen Bekannten hat. Unser Beispielmensch rät seinem Bekannten, es ihm gleich zu tun und sich Minisys zu laden und zu installieren. Dann erstellt unser Beispielmensch in seiner Minisys-Installation ein Publish-Paket und gibt seinem Bekannten alle notwendigen Informationen. Dazu gehört einerseits die eigene IP-Adresse und den Paketnamen. Der Bekannte gibt in seiner Installation die Daten ein und installiert somit diese einfache Adressverwaltung bei sich. Kurz ab und wieder anmelden und das Programm steht dem Bekannten ebenfalls sofort zur Verfügung. Vollständig. Mitsamt Handbuch und allem drum und dran. So, hier endet unser Beispiel erst einmal. Das Beispiel ist sehr trivial und sehr einfach gehalten. Im Prinzip ist es allerdings egal, ob wir ein kleines Projekt, wie hier die Adressverwaltung, haben oder eine komplexe Großanwendung. Minisys kennt keine Limitierungen oder Einschränkungen. Egal, ob wir ein Projekt, also aus einem Programm oder aus 500 Programmen besteht, die Vorgehensweise ist immer auf wenige notwendige Schritte begrenzt. Erinnern wir uns noch einmal an die Tugenden. Minisys soll extrem sparsam mit dem Festplattenplatz auskommen. Dieser Aspekt wird stets belächelt. Festplatten kosten heute sehr wenig Geld und sind in Größenordnungen im Terabyte-Bereich bezahlbar geworden. Warum soll es also sinnvoll sein, einen Speicherplatz extrem zu sparen? Nun, Minisys verfügt über eine sogenannte Snapshot-Funktion. Diese Funktion sichert während des Betriebs auf Wunsch in Zyklen von 10 Minuten bis einmal täglich den gesamten Datenbestand in einem eigenen Bereich ab. Die Kopien der Datenbanken. Da die Kopien der Datenbanken im beruhigten Zustand angefertigt werden müssen, wird während des Snapshots das System angehalten. Und je größer die Datenbanken sind, umso länger sind die Stillstandszeiten. Wir sprechen hier zwar nur von wenigen Sekunden, aber auch die zählen. Ebenso die von Minisys angefertigten Backups. Diese werden täglich in selbst reproduzierender Fassung erstellt. Das heißt, dass ein Minisys-Backup nur entpackt werden muss und Minisys steht mit allen Programmen, Daten und Funktionen wieder zur Verfügung. Nehmen wir uns noch eine weitere Tugend, die minimale Hardware-Anforderung vor. Die Kosten für Anschaffung und Betriebskosten steigen natürlich mit der Größe der Hardware-Installation. Für einen kleinen Betrieb mit bis zu zehn Arbeitsplätzen reicht für die Minisys-Umgebung ein preiswertes, handelsübliches Notebook vollendens aus. Hier kann dann sogar in alter Linux-Manier über ein ständig verfügbares Ersatzsystem nachgedacht werden. Die Kosten sind minimal bei höchstmöglicher Sicherheit. Übrigens zu den Kosten und Notebook und Minisys. Ein günstiges Notebook kostet heute ca. um die 400 Euro. Linux drauf, die Kosten sind immer noch bei 400 Euro. Bildschirm und Tastatur im Notebook eingebaut, immer noch 400 Euro. Notstromversorgung für PC und Bildschirm als Akku im Notebook eingebaut, immer noch 400 Euro. Backup-Medien, also die Datenträger, auf die die Daten und Programme kopiert werden, 10 USB-Sticks, ca. 50 Euro. In Summe also 850 Euro für die gesamte Minisys-Hardware-Umgebung, einschließlich Ersatzsystem. Wobei diese Kosten nur über den Daumen gepeilt sind. Je nach Umfang der Minisys-Anwendung würde ein 400 Euro Notebook auch bei 100 aktiven Teilnehmern nicht in die Knie gehen. Aber gut. Fassen wir einmal zusammen. Minisys ist sehr einfach zu installieren, sowohl für die Entwicklung als auch für die Anwendung. Minisys benötigt keinen opulenten Hardware-Unterbau. Sinn und Zweck von Minisys ist es, einfach und ohne viel Computerwissen sichere und schnelle Anwendungen zu erstellen. Nur mal so nebenbei erwähnt, benötigt Minisys für die Aufbereitung eines Jahresabschlusses aus Rohdaten weniger als 10 Sekunden. Diese Anwendungen können sehr anspruchsvoll gestaltet werden. Minisys ist sehr schnell, weil Minisys mit sehr wenig Festplattenplatz und mit sehr wenig Rechenleistung auskommt. Alle notwendigen Prozeduren außerhalb der Anwendung bringt Minisys von Haus aus mit. Selbst das Menü erstellt und verwaltet Minisys selbstständig. Minisys verfügt über einen umfassenden Schutz vor unbefugten System- und Datenzugriffen. Alle neuen Entwicklungen innerhalb von Minisys kommen auch den bestehenden Anwendungen zugute. Es existiert bereits eine Vielzahl von Universalanwendungen für Minisys. Zum Beispiel die Auftragsbearbeitung, Zeiterfassungssysteme, Buchhaltungsprogramme, nur um hier mal einige zu nennen. Minisys ist eine Open-Source-Software. Minisys läuft im Serverbereich unter Linux. Minisys kann entweder lokal oder auch auf externen Root- oder virtuellen Servern installiert werden. Minisys ist vollkommen auf die Fremdadministration ausgelegt. Die Endgeräte benötigen nur einen Webbrowser, unabhängig vom Betriebssystem. Minisys kann auch auf Handy- und Tablet-Browsern ohne Einschränkung verwendet werden. Zur Not auch für die Entwicklung. Und heute erleben wir es, dass über 20 Jahre alte Anwendungen immer noch eingesetzt werden können, ohne dass sie altbacken wirken. Wer aber nun braucht Minisys? Zum einen kann es natürlich jede Privatperson für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Und natürlich Unternehmen, die ihre eigenen Anwendungen erstellen und betreiben wollen. Minisys ist im Kleinsten-Ein-Mann-Unternehmen und in Unternehmen mit mehreren hundert Arbeitsplätzen einsetzbar. Entwickler, die für andere Unternehmen Anwendungen erstellen. Entwickler, die Standard- oder Spezialanwendungen einfach entwickeln und vertreiben wollen. Aber auch Menschen, die einfach mal eine Anwendung schreiben möchten. Minisys und Linux. Der Entwicklungsstart erfolgte zu DOS-Zeiten. Danach kam Windows zum Einsatz. Aber irgendwann stellten wir zwei gravierende Dinge fest. Zum einen war Windows für unsere gesetzten Ziele in der Minisys-Entwicklung zu sehr begrenzt und zu zuverlässig. Zum anderen schränkte uns Windows ständig in irgendeiner Weise ein. Also war die logische Konsequenz, Minisys auf eine andere Plattform zu stellen. Und da bot sich dann natürlich Linux an. Und diese Entscheidung war richtig. Minisys wäre ohne Linux nicht das, was es heute ist. Eine Unzahl von Entwicklern stellen fantastische Programme quellenoffen und kostenfrei zur Verfügung. Davon profitiert Minisys. Davon profitieren natürlich auch die Menschen, die Minisys aktuell einsetzen wollen und einsetzen werden. Daher dürfte es verständlich sein, dass wir Minisys ebenfalls quelloffen und kostenfrei zur Verfügung stellen. Minisys ist kein Leichtgewicht und natürlich auch kein Hirngespinst. Ebenso ist Minisys auch kein ambitioniertes Hobbyprodukt. Parallel zur Entwicklung von Minisys wurde in den letzten Jahren bereits mehrere Betriebe von und mit Minisys versorgt. Wir sind seit über 20 Jahren mit der aktiven Entwicklung beschäftigt und werden die letzten Meter der langen Entwicklungsstrecke umgehend hinter uns bringen. Wer seit 21 Jahren dabei ist, den werden die letzten Monate auch nicht mehr beeindrucken. Und damit kommen wir zum aktuellen Entwicklungsstand. Minisys ist technisch fertiggestellt, aber noch nicht vollständig. Aktuell sind wir dabei, den Funktionsumfang, den Entfordernissen anzupassen. Außerdem vervollständigen wir gerade die gesamte Dokumentation und müssen uns noch um die rechtlichen Details kümmern. Von unserer Seite aus betrachten wir Minisys als freie Software, die unter GPL gestellt wird. Inwieweit das realisierbar ist, müssen wir noch abklären. In den nächsten Monaten werden wir damit beginnen, Minisys auszuliefern. Für den ersten öffentlichen Start werden wir die gesamte Entwicklungsumgebung und einige Standardanwendungen anbieten. Diese geben wir kostenfrei ab und werden von dem Zeitpunkt an in regelmäßigen Abständen Updates ausliefern. Wenn Sie also Lust haben, beobachten Sie uns dabei und wenn Sie mögen, begleiten Sie uns. So, und wenn jetzt noch Fragen sind oder ich Sie neugierig gemacht habe oder Sie noch mehr wissen möchten, würde ich mich freuen, Sie bei uns unten am Stand wiederzutreffen. Wir freuen uns auf Sie, ich bedanke mich für Ihr Zuhören und damit beende ich hiermit meinen Vortrag. Dankeschön. Applaus